Hi guys, hier sind wieder die gruselige Issi und die gruselige Steffi oder auch Stefan vom heute Indoor Family Adventure Channel. Heute wollen wir euch zeigen, was eigentlich wahrscheinlich jeder schon selber gemacht hat, aber wir wollen es trotzdem nochmal zeigen, wie man mit einem Spezialwerkzeug einen Kürbis schneidet und was meine Gehölfin Issi und ich euch heute zeigen wollen, ist das hier, House of Halloween, das Deluxe Kürbisschnitzset, 14-teilig, bestehend aus dem Super Kürbislöffel, zwei Kürbisschnitzmesser, eher Sägen, ein Stift, LED-Kürbislicht und neun gruselige Vorlagen von der Firma Deko Heidmann. Ja, das haben wir im Supermarkt gefunden und dachten, schauen wir es uns mal an, zeigen es euch mal, sonst haben wir das immer frei Hand gemacht, irgendwelche Gesichter auf den Kürbis gemalt und dann ausgeschnitten, dachten wir gehen wir diesmal professionell an die Sache ran. Oh Mann, was ist das jetzt? Ich staun muss mal, oder was? Ich glaub das nicht, ey, immer wenn wir ein Video machen, oder? Mhm, aber wir sind immer outdoor, nicht indoor. Na, klasse. Ah, was ist das? Ah! Ah! Ja. Was brauchen wir? Natürlich ist ja alles vorhanden. Wir brauchen kein cooles, cooles Messer. Leider nicht. Komm, wir hatten das nächste Mal vielleicht. Gell? Ein bisschen Minions, Minions, Dings. Ja, Wumms. Natürlich ein Kürbis. Und da hat er schon eine faune Stelle, da müssen wir gucken, dass wir da das Auge hinmachen. Dann Scherchen, zum Aushöhlen. Und, dann geht's schon los. Okay, dann, Papa, was nehmen wir? Also, es gibt hier, wieviel, neun haben wir gesagt, neun? Ein, drei. Es gibt, zeigen wir kurz, neun verschiedene Motive. Eins, das erste. Einmal ein süßes Gespenst. Das zweite. Ein gruseligeres. Das kann nicht passieren. Kannst du mal umklettern, das ist doch schwierig. Dann noch ein Gruß und Gruß. Beraten. Dings. Dann das. Und das. Ein sehr cooles. Noch ein Gespenstel. Ledermauskrotte. Und das mit, neun ist die nicht. Ist das das letzte? Na genau, ein ganz einfaches Motiv. Das war's. Jede dieser Seiten kann man raus trennen. Die sind hier leicht perforiert, dass man die einfach raus trennen kann. Und dann die schwarzen Stellen, das da, wo man mit dem Stift dann nachzeichnen, die kann man dann auch einfach raus drücken. Wir suchen uns, wir suchen uns, wir suchen uns erstmal unser Motiv aus. Das wird's werden. Also, jetzt trennen wir es ja einfach raus. Äh, 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 das war jetzt mal rausreißen. Nicht an der davor vorgesehene Stelle, aber egal. Äh, jetzt kannst du hier alles raus fungeln. So, ich mach jetzt inzwischen das hier auf. Eine Lampe. Ah, die flackert. Romantisch, das ist natürlich immer eine Kerze, ein Teelicht, aber das finde ich auch sehr schön mit dem Flackerlicht. Dann haben wir jetzt hier den Stift in orange. Das kleine Messerchen. Das weiße brauchen wir unbedingt, weil das ist unsere Schablone. Oh Mann. Und das große. Und dann, wie hieß der? Der Super Kürbislöffel. Oder? Mit Gesicht. Und das wird diese Arme, die mein Papa machen. Es wird nicht ganz so einfach rausgedrinnen, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, aber es geht doch. Doch, 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 doch. So, jetzt haben wir ihn ausgeschnitten. Hier ist einfach ein bisschen gerissen. Dann haben wir uns erstmal den kleinen vornehmen. Laut Anleitung nehmen wir das große Messer, große Säge, um oben jetzt ein Loch rein zu machen. Jetzt male ich mir kurz vor, ungefähr. Das ist orange. Ja, das ist orange. Warum? Wie eine kleine Stichsäge geht das sehr schön. Ich mag sie auf jeden Fall besser als mit einem Messer. Und da holen wir das Gehirn raus. Ja, aber Papa, das benutzt man auch noch, okay? Man soll von dem Fruchtfleisch circa eine zweieinhalb bis drei Zentimeter Schicht zurücklassen. Und diese Zacken hier, wie bei einer Nudel, beim Nudellöffel, und denen kann man schön jetzt die ganzen kleinen Fäden da rausholen. Das ist also der super Kürbis-Löffel zum Aushöhlen. Ja, geht. Hat der da oben auch kleine, kleine Siegel. Zähnchen dran. Ja. Ja. So, dass man da schön da drin jetzt höhlen könnte. Aber wir werden gar nicht so viel Zeit mit dem Aushöhlen verbringen, sondern die gesamte Kürbiswand hernehmen. Und daraus dann schnitzen. Wenn man den aushöhlt, kann man das Fruchtfleisch natürlich clever und lecker zu einer Kürbissuppe um. Modeln, beziehungsweise sich daraus kochen. Aber die hatten wir schon. Jetzt wollen wir nur noch einen Kürbis haben. Ein Kürbisgesicht. Man kann natürlich jetzt auch andere kreative Sachen mit dem ausgehöhlten Zeug machen. Das könnte zum Beispiel erbrochenes sein. Oder Gehirnmasse, die man irgendwo raushängen lässt. Aber wir folgen mal eine einfache Anleitung. Jetzt haben wir hier eine ziemlich dritte Wand. Was hoffentlich auch dazu führt, dass der Kürbis dann nicht so schnell austrocknet und einfällt. Und wenn er doch mal austrocknet, soll man ihn in Wasser stellen. Hat mir meine Tochter beigebracht. Ein Eimer mit Wasser über Nacht, dass er sich wieder voll saugen kann. Und er sieht ja wie morgen wie neu aus. Fast wie neu. Genau, genau. So, jetzt gucken wir mal, wie wir unser Gesicht hier am besten drauflegen. So, jetzt malen wir hier die... Kannst du das halten, bitte? Oder ich halte, du malst? Nein. Jetzt malen wir da die Konturen nach. So, jetzt haben wir das hier aufgezeichnet. Und jetzt nehmen wir das kleinere Messerchen. Schrägstrich Säge. Und schneiden jetzt alles aus. Oh, und das auch macht sich wunderbar. Das ist auch ein wundener Messer Strich Säge. Ich habe das Problem mit dem Messer immer, dass, egal wie dünn das ist, man nie so schön um die Kuchen kommt. Aber mit dieser kleinen Säge hier. Drei Punkt Messer auch. Das ist wunderbar. Oh. Das war's. So, jetzt müssen wir die Teile noch rausdrücken. Ich, 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 ich. Ich, ich. Von innen. Von innen nach außen? Ja. Tolle gehörte. Wo denn ein bisschen oben? Wenn's irgendwo klemmt, kann man jetzt natürlich auch kleine Teilstückchen rausmachen. Nochmal durchsägen. Ja. So, jetzt kann man natürlich noch mal innen die Fäden ein bisschen raus machen. Licht aus. Erstmal eins. Du setzt jetzt erst rein. Warte. Warte. Das stimmt. Und fertig ist unser Halloween-Kurvis. Natürlich möchte ich ihn jetzt auch sehen. Ja, das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn's halt jetzt nichts sonderlich besonderes war. Aber ich kann sagen, dieses Set hat sich gelohnt. Aber ich kann sagen, dieses Set hat sich gelohnt. Was hat es eigentlich gekostet? 12,99 Euro. Ja, ist schon grenzwertig. Aber gerade diese Schneide-Tools, diese kleine Mini-Säge, finde ich top. Und allein den Preis schon fast fährt. Ja, das Kerzenflacker-Licht sieht auch cool aus. Von uns, oder von mir zumindest, ein Daumen hoch. Wir haben jetzt in kurzer Zeit das hier geschnitzt. Das war super, fand ich gut. Und jetzt kann ich die Isabelle auch fressen und dann die Kürbelsuppe machen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und dann ist das Tschau-Tschau, sagt der... Bei was? Ich darf sagen. Und tschüss, sagt die Ida Ball von OttoFamily's Fantasy Channel. Und dann kann der Kamera kommen. Ja, gell? Vielen Dank.